So Freunde, hallo YouTube, ich zeig euch jetzt mal was Wop-Geschwindigkeit ist. Wir gehen jetzt auf Beschleunigungskurs. Ich hoffe ihr kriegt das mit. Noch sind wir in der Beschleunigungsphase, bevor da jetzt die Rampe kommt. So jetzt gehen wir in die Hocke und jetzt geht's hier ab den Lotte. Jawoll, hier geht's runter. Ah, das ist ja atemberaubende Geschwindigkeiten. Okay, das war's. Ich hoffe das kommt wirklich so ein bisschen rüber. Vielleicht habt ihr das an meiner verzerrten Stimme gehört. Das war einfach der eiskalte Fahrtwind. Zieht ja an den Stimmbändern und dadurch kommt diese Verzerrung zustande. Jetzt ist alles wieder gut. Ich habe jetzt 15 Kilometer gemacht und bin auf dem Rückweg. Dann habe ich insgesamt 16 Kilometer abgezogen. Das reicht für heute. Dann wird eine Jause gemacht, lecker gegessen. Gasspatzel. Und dann geht's nach Hause. Bier ist kaltgestellt. Und heute Abend gucken wir uns unsere Borussia an. In Leverkusen. Und dann gucken wir mal was da passiert. Ich will hoffen, dass unser Valium Favre diesmal ein bisschen was drauf hat und die Mannschaft richtig einstellt. Ich wünsche euch was. Tschüss. 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 Tschüss.